Ich freue mich total, obwohl die zweite Liga fand ich eigentlich auch ganz gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Es waren unglaublich spannende Spiele, ich habe fast alle gesehen, aber der Glanz kommt jetzt natürlich nach Paderborn. Gute Laune, die sich hier abzeichnet am Wegesrand, am Trainingsplatz. Wir hoffen natürlich, dass wir die als Fangemeinschaft auch in die Saison mitnehmen. Besondere Vorfreude, 17 Heimspiele, 17 Mal Granatenstimmung und dann gucken wir mal weiter. Paderborn jetzt in der ersten Liga spielt, also Paderborn finde ich sehr stark, auch wie die gespielt haben in der ersten Bundesliga. Die letzten drei Tage hatten wir Tests, heute war es immer wieder schön, auf dem Platz zu sein und es hat sehr Spaß gemacht. Auf die Bundesliga freut sich, glaube ich, jeder. Ich glaube, die Mannschaft ist weiterhin hungrig. Die Vorfreude ist sehr groß. Es wird erstmal eine sehr große Umstellung für mich persönlich auch sein. Hier allein das Training und es wird auf jeden Fall alles geben, mich so gut es geht zeigen und dann abwarten, wie die Saison verlaufen wird. Definitiv darf sich der Verein nicht verändern, dürfen die Jungs sich nicht verändern. Wir müssen das, was der Trainer uns sagt, verinnerlichen, dass wir uns einfach nicht verstecken dürfen. Ich denke mal, so werden wir eine erfolgreiche Saison haben, auch wenn es mal Auf- und Abs geben würde. Bis zum nächsten Mal.